Wie viele Karten passen eigentlich in unser Lockhart Wallet? Gute Frage. Danke. Ich habe hier unendlich viele Organspendeausweise und ein Lockhart Wallet, das mir jetzt schon leid tut. Legen wir los. 10 Karten. Kein Problem. 20 Karten. Auch kein Ding. Die Handhabung wird aber schon ein bisschen schwieriger. 30 Karten. Spätestens jetzt macht ein Slim Wallet keinen Sinn mehr. 40 Karten. Boah. 50 Karten. Also langsam wird es ein bisschen eng bei den Dingern. 60 Karten. Uff. Also die reinzubekommen ist schon echt ein Problem. Aber das Band hält. Wie viel sind es jetzt? Also wir sind jetzt bei 75 Karten. Damit ist unser Wallet genauso hoch, wie eine Karte breit ist. Benutzen ist nicht mehr drin. Aber was ich nicht gedacht hätte, dem Band geht es vollkommen gut. Ach krass. Und das Band ist kaum ausgeleiert.